So... Okay... Okay... Nein! Mann! Zwei Warlocks? Und er weicht schon wieder aus der Erste! Da kann ich ihn ja nicht töten! Heiliges Licht 2, na toll! Ja, Firschen 2, wenigstens... Ist er jetzt nicht voll... Und wir machen eine Lebensklinge! Der müsste jetzt trotzdem sterben, auch wenn er jetzt die 80 Lebenspunkte gehalten hat. Hoffe ich doch! Ja! Ha! Und das hat jetzt nichts gebracht! Ähm... Ja... Dann... Einfach angreifen! Auch wenn es nur ein Schadenspunkt oder so ist... Äh, besser als gar nichts! Tatsächlich nur ein Schadenspunkt! Heiliges Licht 2! Okay... Okay... Dann machen wir noch meine Lebensklinge... Und töten den Warlock! So... So... Lebensklinge... Reich! Dann bekommt er noch einen Äther! So... So... Dann war's... Verdammt... Was war's? Die Pflanze, glaube ich! Flammenschla... Zack! Ja! Getroffen! Endlich! Nein! Oder geht Eis daneben! Und Sarah auch noch! So... Ich brauche jetzt eine Lebensklinge! Okay... Ich hätte vielleicht Heiliges 2 machen sollen! Mario wurde nicht geheilt! Das ist blöd! Jetzt hätten alle Schaden! Noch meine Lebensklinge! Okay... Einer tot! Und der ist in der nächsten Runde tot! Außer er heizt sich hier! Ja... Er heizt sich! Ja... Er hatte noch nicht mal... Ach man... Und er lebt noch! Okay... Noch meine Lebensklinge... Aber jetzt stirbt er! Ja... Tatsache! Sarah hat Level 27 erreicht! Dann war's, glaube ich, die Pflanze... Ähm... Zauberin... Flammenschlag... Eis... Angriff, Angriff... Und die Linke ist schon wieder ausgewichen! Das gibt's doch nicht! Wenigstens können die nicht heilen! So... Gleich mal die Lebensklinge machen... Und diese Zauberin stirbt in der nächsten Runde! Wo kommen wir dann aber hin, wenn wir das Rätsel gelöst haben? Und die Öffern... Oh... Eine Lebensklinge! Und die Mordklinge! Eisangriff! Angriff! Huh! Wir haben schon 18.000 Filar... Das reicht voll! Das reicht dann für alles! Voll geil! Ah, da wollte ich eigentlich. So, nach dem kommt der da. Wieder zwei Zauberinnen. So, hoffentlich da hat jetzt keiner daneben, weil dann stirbt sie nämlich. Ja! Ja, Alex macht jetzt mal eine Lebensklingel. Die anderen drei greifen da an, dann stirbt nämlich auch, wenn niemand verfehlt. Huah! Und das ist fast. Das ist, glaube ich, das letzte gewesen. Zwei Zauberer. Nein, aus... Eis ausgewichen. Oh, ist trotzdem. Geil. Und vor drei Sachen ist ausgewischen. Wie geil! Die Ahle tot ist tot. Aha! Oh! Ah, alle drei wieder beisammen. Oh, okay. Das war, das war, das war sehr gut. Der lebt ja immer noch. Jetzt ist er tot. Wasser 3 auf Christine. Und Flammenwelle auf alle. Nein! Christine ist die Sonne gebrochen. Machst nochmal Flammenschlag. Angriff und hier dann Leben. Auf Christine. Der lebt immer noch. Jetzt ist er auf Sarah. Nein! Nochmal Flammenschlag. Angriff und nochmal Leben. Ich hätte jetzt eigentlich auf die Zauberer mit Marien sollen. Christine ist ausgewischen. Dafür ist jetzt Sarah zusammengebrochen. Na toll. Lebensklinge. Eis. Engelstrank. Oh, da ist ein Griff tatsächlich nicht gereicht. Ach, bist du auf Swaner von Alex? Ist alles in Ordnung. Hier ist auch eine Älgerer Truhe. Oder eine magisch geschlossene Truhe eben. So, Flammenschlag, Eis, Angriff, Angriff. Ich mach nur irgendwie gar keine Eiszauber mehr, jetzt wo ich Eisringen drauf hab. Wenn ich den Feuerring drauf hab, haben sie nur noch Eiszauber. Garantiert. Und? Tod. Okay, bei den Pflanzen mal nirgendwo. Mal sehen, ob der Bug hier auch ist. Ja. Diese Kiste ist verschlossen. Es ist kein Schloss. Da ist auf die Kiste eine leuchtende Rune eingesetzt worden. Ja, wir haben keine Ahnung, wie wir hier die Kiste aufbekommen sollen. Dann gehen wir wieder zwei Warlocks. Flammenschlag, Eis, Angriff, Angriff. Okay, der linke stirbt. Wenn Sarah jetzt nicht gefehlt. Ja. Und der hat aber der Frische. Ja, okay. Aris er fehlt. Ja, aber Sarah auch. Da liegt jetzt nicht zwei auf alle. Dann machen wir eine Lebensklinge. Eis, noch Angriff, Angriff. So, und dann... Sarah darfst du demnächst mal wieder ein neues Level erreichen. Okay, nichts gelb, dann passt es ja. Nochmal zwei Warlocks. Schlafen. Und... tot! Und der, da zappert Fluch zwei. Machen wir jetzt eine Lebensklinge und töten den da. Ah Mist, ein Angriff daneben. Es könnte sein, dass er überlebt. Nein, doch nicht. Also die haben hier wirklich sehr... Von denen kriegen wir sehr viel Geld fänden wir gerade auf. 520 für zwei Gegner. Deswegen haben wir so viel Geld plötzlich. Oh, geil. Sarah kann die äh, zweitensabberin schon angreifen. Ich werde einfach mal eine Lebensklinge machen. Die nicht mehr zum Einsatz kommt. Okay. Naja. Äh, dann machen wir jetzt einen Flammenschlag. Eis auf den Waller. Oh, Mäuche. Hatte ich schon ganz vergessen, dass wir das haben. So. Die Zauberin ist ausgewichen. Der Waller ist auch gerade ausgewichen. Verdammt. Aber du hast den Griff von einem Anheil, der hat sich trotzdem gestorben. Nein, Christine ist zusammengebrochen. Äh, dann machen wir jetzt noch mal Flammenschlag, Angriff und Leben. Okay, der Zauber ist hinüber, die Zauberin noch nicht. Das ist jetzt wieder ausgewichen. Dann machen wir jetzt eine Lebensklinge und töten die Zauberin. Alex hat Level 41 erreicht. Sarah hat Level 28 erreicht und Leben 2 gelernt. Geil. Lebt eine Person und gibt dir 50 AP. Viel besser. Okay, zwei Zauberinnen. Uh, die ist, die ist gleich tot. Nein, aber sie ist aus, beide sind ausgewicht im Flammenschlag von Alex. Aber die Zauberin ist trotzdem gestorben, da ist, dass Amari kritisch getroffen hat. Okay, da gibt es jetzt erstmal ein Eta und ihr macht die Zauberin hier fertig. Die vermutlich überlebt, weil Alex vorher nicht getroffen hat. Genau. So, eine Lebensklinge. Eis, Angriff, Angriff. Okay, die Lebensklinge nicht mehr. Machen wir aber jetzt noch schnell. Okay, wäre nicht notwendig gewesen. Dabei vermute ich eh gleich wieder gegen Gewinnattel oder so kämpfen. Äh, speichern. Okay. Wir könnten jetzt zu Sandor fahren oder wir fahren erstmal noch nach, das ist was, wir fahren erstmal noch zu, zu der einen Stadt, wie ist sie noch mit Mairas irgendwie sowas oben links da auf der Eisinsel und kaufen den Rest für, äh, für Sarah und Christine ein. Und dann machen wir Sandor fertig. Aber ich finde es irgendwie schade, dass es, dass ich den vierten Tempel, falls es einen gibt, nicht mehr weiß. ich meine, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es überhaupt einen gab. Naja. Okay, wir sind gleich da und können einkaufen. Ich war auch schon immer überlegen, aber ich dann immer wieder wechsle zwischen den anderen und damit ich alle gleich voll ausrüsten kann, aber ich glaube, das lasse ich. Ich werde jetzt die Sache behalten, bis die Level 50 ist und dann werde ich mir Sermattis nochmal holen. Bis der der 50 ist und so weiter. So, Angriffssachen hatten wir ja schon alles. Rüstung. Mirias, so war das. Die Seestadt. So, verkaufen. Was haben wir denn schönes? Ein Gegendgift zu viel. Zwei Katanas. Drei Talismen. Ja, obwohl, obwohl, die haben wir ja, weil, die anderen beiden gerade Eisringe tragen. Das muss sich dann auch wieder ändern. Okay, kaufen. Zwei Heilige Robben, bitte. Wir haben immer noch 18.000, voll geil. So, wieder ein Talisman und hier, Heilige Robbe. Was macht sie da? Schutz vor allen Schatz vor 100%. Ich glaube, die erhalten wir uns. So, und das macht ganze 25 Punkte mehr Abwehr. Voll geil. Ah, warte mal. Die Sache habe ich vergessen. Oh, ein Talisman. Und hier, das macht ganze zwar 41 mehr Abwehr, aber 10 weniger mental, aber das ist egal. Zack. So, dann gehen wir jetzt noch zum Itemhändler. kaufen. Zack, zack, zack. Da bräuchte ich noch sechs Stück. Eta. Bräuchte noch 24. Engelstank, 25. Wir haben echt alles voll gekauft. Wie geil. Und wir haben immer noch 4.000 Filat übrig. Ab jetzt kann gespart werden. Ab jetzt wird gespart. Nochmal speichern. Und jetzt machen wir Samba fertig. Oh, ich muss da noch ein bisschen nach rechts fahren. Mache ich gleich mal. Ich muss dann noch ein bisschen nach rechts fahren, damit ich auch direkt gleich wohl Nein, ich muss dann, wenn ich an der Innere vorbei bin, muss ich noch ein bisschen nach links fahren. Ich glaube, das wäre ein kürzerer Weg. Als wenn die Gegner dann wieder so einfach sein. Den Zappen waren sie ja teilweise richtig schwer. Also im Vergleich zu anderen. Aber wir konnten sie immer noch töten, indem wir nur normal angegriffen haben. Aber wir mussten öfters wiederbeleben und Heils aber anwenden. Aber hier werden wir einfach nur noch normal angreifen und das war's. Fertig. So, nochmal speichern. Und vorm Schloss werde ich dann auch nochmal speichern. Okay, ich dachte eigentlich, das wird Monster kommen. Egal.